Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich meine Freundin Roshni zu Gast und die hat auch was richtig cooles für uns und zwar würden wir gerne heute mal den Song Speechless ausprobieren, aber nur so ein bisschen, nicht den ganzen Song. Und heute bekommt ihr mal so einen kleinen Anblick, wie eine Gesangsstunde aussieht. Yay! Was ich jetzt gerade zum Roshni gesagt habe, ist, dass es drei verschiedene Möglichkeiten zum Atmen gibt. Und zwar ist es einmal die Bauchatmung, Zweckbeilatmung sozusagen und es gibt einmal auch die Ribcage. Das heißt, es erweitert sich ja alles an den Seiten und auch am Rücken. Und dann gibt es einmal das Balance Breathing und das ist eine Form aus allem sozusagen. Jetzt habe ich sie gleich am Anfang erstmal gebeten, nicht Belly Breathing zu machen. Das kennt sie bereits schon. Und dann habe ich sie gebeten, dass sie einmal in die Seiten einatmet. Das ist ganz beliebt bei Tänzern. Die atmen ein und die Seiten erweitern sich. Die benutzen ganz viel in ihren Core Muscles. Und daher ist es für die ganz beliebt, dass sie halt andere Möglichkeiten nutzen. Versuche nicht, wenn du einatmest, dass du den Brustkorb hochziehst, dass du die Schultern hochziehst. Das nennen wir Schnappatmung oder Clavicular Breathing. Also es soll wirklich nicht. Und die Schultern gehen hoch. Das kann zu Verspannungen führen. Und das ist auf jeden Fall nicht die Atmweise der Atmung, die wir möchten. So die Breathing von den Schultern sind, das ist das, was wir nicht wollen. So, wenn du in den Schultern fühlst, dass du in den Schultern fühlst, dass du in den Schultern fühlst. Das ist nicht das, was wir tun. So, du hast die meisten air aus. Das ist die Funny Sache. Oh, wirklich? Ja, das ist die Funny Sache. So, wenn du in den Schultern einfluss und in den Schultern bist, dann stimmst du in die Schultern, dann kann ich ein Stuss nachvollziehen. Okay, very well.